So, vorletzte Rennen, Mexico City Center, auf geht's! Vorletzte Rennen, so rum ist es richtig. Ein normales Rückausrennen, zwei Runden. Dankeschön für's Weckraum. Ja, was war das jetzt hier? Nee, du darfst nicht weiter als vorhin Platz 5 rumfahren oder 6 rumfahren. Meine Güte, ey! Sobald du noch ein bisschen nach vorne kommst, wird Platz 4, Platz 3. Rücken dich noch mal schön in die Wand. Meine Güte, 5. Wollte ich mal vor, ne? Krap! Gertrottel gewonnen. So. Nächste Rennen. 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 Und dann? Ja. Sollte mir. also sicher war es jetzt nicht war der vollstehste Punkt schon egal, geschafft so, Renn Nummer 3 tut euch mal lieber umeinander, lasst mich einfach in Ruhe und wieder so eine kurze, kurze Strecke das war mir fast klar, dazu noch mal was den Zweifel, wenn ich noch mal weg rammst dann die 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 So, geschafft. So, das Rennen war auch geschafft. Jetzt haben wir noch drei Rennen. Heute. Ja, nee, vier, fünf. Ach Gott, jetzt sind ja mehr. Joyride, Inferno. Also, 18.500 Punkte sollen wir versuchen zu kriegen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ein Eliminator-Rennen. Rennen Nummer fünf, glaube ich, ist das jetzt schon. Von acht, glaube ich. So, also, wie gesagt, wir liegen sie in der Sekunde hier oben runterlaufen. Also, ich glaube, wir sind jetzt mal vorne weg. Also, wichtig ist, einfach mal vorne wegzufahren und damit das ganze Thema einfach zu verledigen. So, ich glaube, wir sind jetzt mal vorne weg. So, ich glaube, ich habe alle 20 Sekunden noch so. Oh, wo der auch immer hinwollte. Ja, alle 20 Sekunden. So, jetzt haben wir noch einen Antgegen-1. Vorsprung 90,3 Sekunden. Den müssen wir irgendwie ausverkalken. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Kuh gekappt. Ich habe da noch reingekrafft, der hat sogar verloren gehabt. Immer so gewinnen bei der Thing. Nächste. kann mir nur drei rennen so zwei rennen haben wir das thema auch gegessen ja da das letzte event für dieses spiel kommt wohl zu mit einem leben 19, 20, 21 und das letzte so folgt so zwei rennen noch dann kann sie wieder so werden so was ist für den typen da los das sind fünf runden bei dem schrecken weiß man nie wie lange wie schnell man durch ist so 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 letzte Runde. Und jetzt war durch. So, ein Rennen noch. Ein Rennen noch. Und dann haben wir. Diese sind erledigt. Alle Runden. Okay. So, dann haben wir alles gut. Hat uns wieder so ein Ding. Okay. Dann sind die nicht weit. Dann sind die nicht weit. Fünf Runden wieder. Du, die Strecken sind nicht besonders groß jetzt. Du, die Strecken sind nicht besonders groß. Oh, das war jetzt mal sechs Sekunden. Was ist das? So, gleich jetzt in die letzte Runde für heute. Und dann haben wir noch ein Event. Dann sind wir hier durch. Wie gesagt, dann geht es weiter mit Grid ab Dienstag. Wir brauchen jetzt ja wieder Formel 1. Kommt noch bei so einem Ball rein. Die große Chance auf den ersten Saisonsieg. Fragezeichen. So, damit haben wir heute das Thema Supersuite erledigt. Wir haben Punkte ohnehin. Oder Geld ohnehin. Wir brauchen hier nichts mehr groß. Wir haben 85.000. Ich kann mal gucken, ob wir es heute. Aber dann werde ich da nochmal was laden, aber noch was einbauen können. Ich kann mal gucken, ob wir es heute. Wir haben hier Kohle und wir können hier Kohle sammeln. Ich kann mal nochmal ein bisschen was in der Leistung rein in das Auto. Wenn es möglich ist, Voraussetzung. Ich glaube, es ist ja wirklich groß, dass da nichts mehr drin möglich ist. In den Autos. In der Artos. In der Artos. so wir haben ja irgendwas drinnen den ganzen Quatsch haben wir ja nochmal Draftabstimmung wir brauchen sonst eigentlich nichts genau dann war das Thema zu Carlo erledigt und dann das letzte das wurde nämlich das hat nicht funktioniert weil wir alle Rennen gewonnen haben aber egal das letzte Rennen äh letzte Wendt sind wir dann ab Montag und dann